Der Weltmeister im Halbschwergewicht, Billy Hope. Ich habe meiner Familie viel zugemutet. Ich würde hier nicht stehen ohne meine Frau Maureen. Hey, Billy, warum gehst du denn schon? Wir gehen nach Hause. Ich hole mir deinen Gürtel. Nein, 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 nein! Hey, Mann, du darfst dich jetzt nicht hängen lassen. Du musst dich zusammenreißen und wieder in den Ring steigen. Ich suche einen Profi wie du in meinem Gym. Ich will mein Leben wieder in den Griff kriegen. Kann ich bei dir trainieren? Nur wenn du dich an meine Regeln hältst. Ich muss um meine Familie kämpfen. Dafür tue ich alles. Ich will mein Leben wieder in den Ring steigen. Ende des Training zu medium weit.